Willkommen zu Freunde Radblock. 12.06.20 gegen Viertel nach zwei. Wurde am Brückentag. Wir fahren Walbusch. Hier rechts liegt das Rüttel-Arena-Teil. Heftigsten Wind. Richtig böig der Wind heute. Fast wie im Herbst, wie gesagt. Ein Augenblick kommt er von vorne. Wie gesagt. 1.000 lücken. 2.000 Lücken. 2.000 Lücken. 2.000 Lücken. 3.000 Lücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.